Jetzt geht es um Doppelbrüche. Was ist das Merkwürdiges? Also wir dürfen ein Halb und dann einen großen Bruchstrich machen. Das bedeutet nichts anderes als ein Halb durch ein Drittel. Denn wir wissen, dieser Bruchstrich, der bedeutet letztendlich nichts anderes als ein Halb und jetzt geteilt durch ein Drittel. Und damit sind die Doppelbrüche schon sehr, sehr viel einfacher. Und es gibt gar keinen Doppelbruch mehr. Und wir dürfen jetzt sofort mit dem Kehrbruch multiplizieren. Also ein Halb mal drei Eintel und Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Und den unechten Bruch umschreiben in einen gemischten Bruch. Ein, ein Halb und fertig. Wir können jetzt auch einen ganzen Term rechnen als Doppelbruch. Zum Beispiel ein Viertel plus drei Fünftel geteilt durch ein Viertel mal drei Fünftel. Das machen wir, indem wir erstmal im Zähler oben alles ausrechnen und im Nenner unten alles ausrechnen und dann unseren nächsten Trick anwenden. Also im Zähler oben haben wir also Zwanzigstel und müssen entsprechend erweitern. Fünf und zwölf Zwanzigstel im Nenner müssen wir multiplizieren, also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Jetzt müssen wir oben im Zähler noch ausrechnen. Das sind also siebzehn Zwanzigstel durch drei Zwanzigstel. Schreibt auch immer den Hauptbruchstrich ein bisschen breiter, dann wird auch immer deutlich, welches der Hauptbruchstrich ist. Also jetzt machen wir wieder unsere Umformung, das heißt siebzehn Zwanzigstel geteilt durch drei Zwanzigstel und jetzt kommt wieder ganz normal die Multiplikation. Siebzehn Zwanzigstel mal zwanzig Drittel und oh wie schön, wir können hier schön kürzen. Und dann ist das Ergebnis siebzehn Drittel oder fünf Ganze und zwei Drittel. Und so rechnet man Doppelbrüche.